Grüß euch, ich bin der Michael, bin seit September 2003 bei der Düvidag und bin als Polier angestellt. Meine berufliche Karriere startete 1998 zur Lehre des Schalungsbauers. Seit 2003 bin ich im Unternehmen Düvidag, welches mir ermöglichte, sowohl den Turmträgeranschein als auch die Werkmeisterausbildung zu machen und bin nach wie vor angestellt als Polier. Zu dem Aufgabengebiet des Poliers gehört die Einteilung der eigenen Arbeiter, welche Wände müssen gemauert werden, welche Wände verputzt werden, sowie den Abruf des Materials, um die eigenen Arbeiten nicht aufhalten zu müssen, sowie das Einteilen von Maler, Fliesenleger, Trockenbauer, um rechtzeitig zu Termin fertig zu sein. Ganz wichtig in meinem beruflichen Umfeld ist das Teamwork, denn nur als Team kann man solche Objekte wie hier realisieren. Das familiäre Umfeld, sowie die Zielstrebigkeit und die Aufstiegsmöglichkeiten sind das, was mich bei der Firma Düvidag glücklich machen.